Die Stadt und der Kanton Bern investieren je 15 Millionen in ein 95-Millionen-Projekt. Bea gehört zu Bern. Die alte Festhalle hat ihre Dienste. Wir wollen in Zukunft Konzerte, Events, Ausstellungen. Gerade Corona zeigt, wie wichtig soziale Kontakte sind. Aber Bea ist eine wichtige Arbeitgeberin. Sie arbeitet Lehrsteller, Hotellerie, Caterer, Anbieter von Dienstleistungen im Ausstellungsbereich. Es ist eine gute, richtige Investition. Die 15 Millionen können wir uns auch in dieser schwierigen finanziellen Ausgangslage leisten.